Und auf geht's! Jawohl! Oh, Hunde! Guck nicht so blöd! Ui, ui, ui! Ruhe da! Ja, Alter! Das ist auch mal eine Plempe, ey! Ja, die kann, wie gesagt, hier, warte mal! Das muss ich nur mal probieren! Warte kurz, ich will den mal... Alter, wie er wegfliegt! Das ist schon nice! Ist das ein Einzelschuss, oder? Das ist ja... Der kann ja hier extra... Man kann Schrotflinte, ne? Und man kann aber auch umschalten. Und dann ist es eine normale Pistole. Ah, okay. Wie schaltest du um? Mit X. Ah, okay. Kann ich eigentlich mit X hier auch irgendwas umschalten? Nee, ne? Das geht nur bei manchen Waffen. Bei der hier geht es... Und die ist ja geklaut. Ah. Boah, ich vermisse den satten Sound von der anderen Waffe, die hier... Das ist zwar die gleiche, aber mit Schalldämpfung. Ja. Oh. Da ist Feuer, äh... Du musst irgendwem, irgendwem angeschossen haben, oder? Was tut das? Nee. Was sind denn da Gegner, oder? Aber ich sehe keinen. Ich auch nicht. Hier ist auf jeden Fall... Munition und alles. Das ist hier keinen. Dann gehe ich hier erstmal fleißig blündern. Ja. Munition ist voll, aber... Ich kann ja jetzt noch einen dritten Gegenstand mitnehmen. Oh, ich höre nochmal so ein Feuerteufel. Oh. Ja, recht. Hier ist er. Der läuft dahinter lang. Naja, egal, ich treffe ihn nicht. Aber ich hole mir den mal. Vorsicht. Oh, auf mich wurde geschossen. Nee, ich habe geschossen. Ah, okay. Ich habe es bedämpft. Oh, nochmal. Nichts. Also, ich schieße hier. Vorsicht, der kommt auf dich zu. Nee, doch nicht. Auf mich. Oh, ich habe ihn platt gemacht. Oh, sehr gut. Oh. So, wo ist denn überhaupt jetzt hier? Ach da, ich gehe das mal kurz lösen. Hm, löse mal. Ah, hier kann ich rein. Ist kein Feuer. Oh. Ich habe jetzt mal gelöst, die zwei Zombie-Split gemacht habe. Alter, du bist ja noch so ein gefiedert. Alter, wie viel laufen dann rum? Das sah ja komisch aus, als der weg, umgefallen ist, sah das aus, als wenn er gerade weggelaufen ist. Tju. Ach, das Treffer braucht gar nichts jetzt. So, ich komme hinterher. Mal nachladen. Zack. Ich habe mich jetzt bei Resident Evil ja auch mal ganz oft gemacht, dass ich nachgeladen habe. Aber am Anfang war ich ein bisschen überfordert, weil die Pistole keinen Schuss mehr hatte. Und ich wusste, wo ich lang musste. Aber dann ging es ja. Einzige, was ich an Resident Evil übrigens blöd finde, Jill kann so eine grüne Pflanze nehmen und dann wird sie nicht zum Zombie, ne? Warum züchtet man diese Pflanzen nicht und gibt die jedem Menschen? Das weiß ich auch nicht. Ui, sehr gut. Wahrscheinlich hier rein, ne? Oh, da fliegen, guck mal, da fliegen die Vögel in unsere Richtung von links. Also hier drin kann sein, dass jemand drin ist. Dann schalte ich mal auf Bornheim um. Das brummt auch, oder? Kann das so? Ne, wir sind noch zu weit vom Brumm weg. Oh, ja doch, ich bin tot. Aus 22 Metern. Oh, ich wurde auch angeschossen. Du musst irgendwie am Balkon sein oder so. Ja. Alter. Nicht schlecht. Gewehr oder Bornheim, ich nehm mal Gewehr. Warte mal. Alter, bin ich bescheuert. Bleib ruhig, Sven. Ganz ruhig. Jawoll. Das war wieder nackte Kanone. Vorsicht. Verbrenne am besten den anderen. Oh, scheiße, der kam da oben raus.